Die hierzu erwerbende neue 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Hamburg. Das Objekt wurde 2014 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 329.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017